Mit wenigen einfachen Schritten lässt sich eine stumpfe Heckenschere wieder schärfen. Hier zeige ich Schritt für Schritt, wie man dabei am besten vorgeht, am Beispiel von meiner Heckenschere. Das Ganze funktioniert ohne teures Spezialwerkzeug. Bevor es gleich ans Schärfen der Messer geht, sollten wir das Schneideblatt der Heckenschere zunächst allerdings reinigen. Hier setzen sich mit der Zeit Pflanzenrückstände und Harz ab. Für die Reinigung kommen verschiedene Optionen in Frage. Das kann beispielsweise Bremsenreiniger, Montagereiniger oder spezieller Werkzeugreiniger sein. Grundsätzlich kommen sämtliche Methoden in Frage, mit denen man auch andere Werkzeuge reinigt. Nicht nur die Leiste hier oben, sondern insbesondere die Messer sollten gereinigt werden. Wenn die Vorderseite sauber ist, wiederholen wir das Ganze auf der Rückseite. Als nächstes schalten wir die Heckenschere nochmal ein und betätigen sie kurz, so dass die Schneideklingen freiliegen und gut erreichbar sind. Das müssen wir ja später nochmal machen, da nicht immer alle Klingenseiten gleichzeitig freiliegen. Hier lassen sich beispielsweise zunächst immer nur die linken Seiten schärfen, wohingegen die rechten Seiten nicht erreichbar sind. Auch auf der Rückseite müssen wir die Messer schärfen, aber dazu später mehr im Video. Zunächst noch der kurze Sicherheitshinweis, dass wir die Heckenschere gegen versehentliche Staaten sichern sollten. Bei einer elektrischen Heckenschere, also je nach Modell, entweder den Stecker ziehen oder den Akku entfernen. Damit sich die Heckenschere bei den folgenden Arbeiten nicht bewegt und verrutscht, sollte sie in irgendeiner Form fixiert werden. Beispielsweise durch vorsichtiges Einspannen der gesamten Maschine an der Werkbank oder mit Zwingen. Es ist auch möglich, das Schneideblatt komplett zu demontieren für eine einfachere Handhabung. Ich habe an dieser Stelle darauf allerdings verzichtet. Als nächstes benötigen wir entsprechendes Schleifwerkzeug. Hier eignet sich beispielsweise eine herkömmliche Flachpfeile. Grundsätzlich lassen sich die Messer auch mit Elektrowerkzeugen schärfen. Das ist etwas kraftsparender und schneller. Allerdings besteht dabei die Gefahr, dass zu viel Material abgetragen wird oder sich die Klingen durch die hohe Reibung überhitzen. Ich habe mich hier für eine Flachpfeile entschieden. Und zwar für das kleinere Modell, da ich damit besser an die Klingen herangekommen bin. Wenn man sich nicht für eine Flachpfeile, sondern dafür entschieden hat, ein Elektrowerkzeug zu verwenden, dann lassen sich die folgenden Tipps und Hinweise darauf aber auch übertragen. Beim Schärfen ist es wichtig, dass wir immer in eine Richtung arbeiten. Und zwar in die Richtung zur Schneidekante hin. Bei der Rückwärtsbewegung heben wir die Pfeile an. Andernfalls würde die Kante bei der Rückwärtsbewegung wieder stumpf werden. Dann ist es noch wichtig, den vorgegebenen Winkel der Schneidekante einzuhalten. Die Pfeile führen wir also leicht schräg zur Seite und nicht etwa direkt nach unten. Das Ganze wiederholen wir jetzt etwa 20 Mal. Anschließend wechseln wir zur nächsten Klinge und wiederholen den Vorgang. Dabei sollte nicht zu viel Druck ausgeübt werden. Alle Klingen sollten die gleiche Anzahl an Pfeilstrichen bekommen, damit die Messer am Ende alle gleich lang sind. Wenn die erste Reihe fertig ist, drehen wir die Heckenschere herum, um die Schleifkante auf der Rückseite zu entgraten. Der durch das Schleifen entstandene Grat kann mehr oder weniger stark sichtbar sein. Um ihn zu entfernen, verwenden wir einen Abziehstein. Mit wenig Druck ziehen wir die Kante vorsichtig ab. Ein- bis zweimal sollte in der Regel ausreichend sein. Auch hier wird der Vorgang selbstverständlich wieder für alle zuvor geschliffenen Klingen wiederholt. Bisher haben wir nur diese Seite des Messers geschärft. Es fehlt noch die andere Seite. Dafür schalten wir die Heckenschere nochmal kurz ein, um die Position zu verändern, sodass die Klinge auf der linken Seite frei liegt. Wenn wir den ganzen Vorgang wiederholt haben, inklusive Entgraten, dann fehlt am Ende hier noch die andere Seite. Nachdem wir auch diese Klingen noch geschärft haben, ist es fast geschafft. Als nächstes entfernen wir den Schleifstaub. Durch das Schleifen wurde der zuvor vorhandene Korrosionsschutz entfernt. Um ihn wiederherzustellen, kann etwas Öl auf beide Seiten vom Schneideblatt aufgetragen werden. Etwa ein Harzlöser oder ein Spezialöl. Ich hoffe dieses Video hat euch geholfen oder war interessant. Wenn ja, freue ich mich sehr über einen Daumen nach oben. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.